Hier auf der EuroCIS 2018 erfahren wir am Stand von Verifon mehr über digitale und mobile Bezahllösungen für den POS. Herr Höwekamp, was erwartet die Messebesucher am Stand von Verifon? Im Mittelpunkt steht unsere neue Terminal-Serie Engage, die wir seit letztem Jahr kontinuierlich ausbauen. Die Geräte sind aktuelle Ergänzungen unseres Bestsellers H5000, das wir inzwischen 350.000 Mal verkauft haben. Das H5000 ist damit das am meisten verbreitete Bezahlterminal in Deutschland. Mit der neuen Engage-Serie gehen wir den nächsten Schritt und greifen aktuelle Retail Trends wie Digital Signage und Beacons auf. Ein besonderes Highlight ist das neue Portable Terminal V400M aus der Engage-Serie. Es ist das kompakteste, vollwertige mobile Bezahlterminal der Welt. Was zeichnet das V400M und die anderen Terminals der Engage-Serie aus? Das Besondere an der Engage-Serie sind die Mehrwertanwendungen für Kunden. Diese können künftig über Verifon Connect, unserem neuen Up Marketplace, entwickelt und heruntergeladen werden. Damit entwickelt sich das Terminal vom reinen Zahlungsgerät zur Interaktionsschnittstelle zwischen Händler und Kunde direkt am POS. Es kann aber auch mit entsprechenden Applikationen für andere Anwendungen wie Materialwirtschaft oder Personaleinsatzplanung verwendet werden. Noch einen Schritt weiter gehen wir mit unserer Carbon-Produktfamilie. Die Geräte Carbon 8 und 10 sind vollwertige Tablet-basierte Kassensysteme mit integriertem Engage-Terminal. Dadurch können sie mobil auf der Verkaufsfläche oder auch stationär am POS verwendet werden. Auch diese Geräte lassen sich durch den Download verschiedener Apps komplett auf die Bedürfnisse der Händler ausrichten. Und warum sind Apps für den Handel so wichtig? Nun, wir sind davon überzeugt, dass Apps und andere Technologien das Einkaufserlebnis der Kunden deutlich bereichern werden. Der Bezahlvorgang ist häufig der letzte Kontakt, den der Kunde mit dem Händler hat. Diesen letzten Eindruck nimmt er mit. Genau aus diesem Grund unterstützen wir die Entwicklung und Einbindung von Drittanwendungen am POS. Mit Verifone Connect und dem App-Development-Kit bieten wir Händlern dafür eine offene, cloudbasierte Plattform. Wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, mit was wird sich die Retail-Branche künftig beschäftigen? Das Zahlen mit dem Smartphone wird auch in Deutschland immer weitere Verbreitung finden. Gerade in Deutschland sind Kunden aber sehr auf Sicherheit und Datenschutz bedacht und daher teilweise auch recht skeptisch gegenüber digitalen Bezahlverfahren. Es gilt daher, weiterhin höchste Priorität auf Sicherheit zu legen. Hierbei unterstützen wir Händler mit Terminals, die nach den jeweils aktuellsten Standards zertifiziert sind und ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit weltweit an mehreren Millionen POS Tag für Tag unter Beweis stellen. Herr Höfekamp, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.